Bhagavad Gita, Vers 4.38 In dieser Welt gibt es nichts, was so erhaben und rein ist, wie transzendentales Wissen. Solches Wissen ist die reife Frucht aller Mystik, und wer es erreicht hat, wird sehr bald das Selbst in sich genießen können. Erklärung Wenn wir von transzendentalem Wissen sprechen, so meinen wir damit spirituelle Erkenntnis. Es gibt nichts, was so erhaben und rein ist, wie transzendentales Wissen. Unwissenheit ist die Ursache unserer Knechtschaft, und Wissen ist die Ursache unserer Befreiung. Dieses Wissen ist die reife Frucht des hingebungsvollen Dienerns, und wenn man in transzendentalem Wissen verankert ist, braucht man nicht länger an anderen Stellen nach Frieden zu suchen, denn man genießt Frieden in sich selbst. Mit anderen Worten, dieses Wissen und diese Friede finden ihre Vollendung im Krishna-Bewusstsein. Das ist die Essenz der Bhagavad Gita.